Er fühlt sich halt viel wohler, wenn nichts drunter ist. Das ist schon eine geile Geschichte, oder? Ja, verstehe. So klasse. Wie tut er jetzt? Monten vorne? Ja. Jetzt hast du noch die Bämme ein wenig außen. Er wird jetzt genau da zuverlangen. Sein Schirm wird genau da beim Stahl niedergehen. Da, den ich gehe. Weil das traue ich ihm zu. Geht aber eh hoch, gell? Ja, das ist schon. Aber da verspüßt du noch gar mal viel Höhen mit. Siehst du? Einen Kreis? Ja, ja. Jetzt passt es auch genau. Ausbleiben tut er. Nein. Ausbleiben tut er. Und bremsen. Ha, super! Bravo! Drei Opfer! Aber da siehst du dich schon, gell? Da verlierst du so viel.